Hallo Leute, Takeo hier. Ich wollte euch in diesem Video nur nochmal kurz daran erinnern, dass jetzt am kommenden Wochenende vom Freitag, dem 20. April ab 18 Uhr, bis zum Montag, dem 23. April um 18 Uhr, das erste Guild Wars 2 Bonus-Wochenende läuft. Während diesem Wochenende bekommt ihr doppelt so viele Erfahrungen in der offenen Welt und im WVW und auch der Ertrag durch das Sammeln von Ressourcen ist um 33% erhöht, sehr passend da jetzt vor kurzem erst die Glyphen für die Sammelwerkzeuge ins Spiel gebracht wurden. Diese Bonus-Wochenenden gibt es schon sehr lange in Guild Wars 1 und das ist schön, dass jetzt nun auch endlich Guild Wars 2 in diesen Genuss kommt. Zwar sind jetzt doppelte EP und die erhöhten Ressourcen nicht der super Bonus, aber dieses System lässt sich leicht erweitern und könnte auch den anderen Bereichen im Spiel zugutekommen, eventuell mal eine erhöhte Belohnung durch Dungeons vielleicht? Nein? Oh, okay. Ich werde auf jeden Fall mal das Ernten testen und vielleicht kann ich euch ja dann zeigen, was während so einem Bonus-Wochenende alles möglich ist. Vergesst eure Buffs nicht, wie zum Beispiel der Gegenstandsverstärker, der Heldenverstärker oder, falls ihr so ein Messi seid wie ich, die im August 2015 aus dem Spiel genommenen Sammelverstärker. Ja, und dann natürlich noch die Gildenverstärkung fürs Sammeln. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann Leute, macht's gut. Ciao. Ciao.